Also ein neuer Malbaum anlegen, natürlich mit unserem Ter Plus. Vor der Ausbringung immer richtig gut schütteln und dann könnt ihr es einfach an den Baum spritzen. Jetzt beim ersten Mal natürlich immer ein bisschen mehr und danach reicht ganz wenig. Einfach immer auffrischen, wenn ihr bei euch an der Kehrung seid. Und wie immer sehr sparsam und vor allem sauber bei der Ausbringung. Untertitelung des ZDF, 2020